ich komme aus einer anderen perspektive das machst du sehr gut ich sehe deinen rosa roboter ich muss üben ich bin bisher fahrer gewesen ja ja alles gut was denn vor uns direkt vor uns wieder schon muss ich jetzt laufe es kann nicht so schwer sein nicht zu töten der sieht doch nur gut aus aber das kacke lange drauf bleiben raketen ja 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 wir haben es hingekriegt es ist wir haben auch mindestens zwei getötet und ein haben wir erschreckt hier waren haben uns an die zange genommen ich will hoch du geb ich bewegt mich hier nicht nein nein ich bewege mich nicht ich war wieder im roboter aber diesmal als fahrer und der typ hat nichts auf die kette gekriegt und ich liege am boden und habe einen pack das heißt ich bin noch auf der mappe ich bin nicht respawn ich liege irgendwo rum mit null leben was ist es denn ich kann mich nicht mehr drehen ich bin in der einer roten pflanze einer grünen roten ja genau jetzt gehe ich vor dir genau hier bin ich genau da und hier geht nix hier geht nix das ist eskalation pur ich habe kein respawn ich habe kaputt gemacht epic games support ticket ihr euer spiel ist kaputt was ist denn das vor allem wenn ich jetzt im match verlassen verliere ich meinen ganzen ding punkts ha ha ich glaube drei schaden geschaffen ein spiel nur zu respawn deswegen werde ich nicht respawn weil du das ausgemacht hast deswegen werde ich nicht respawn das ist ja eine grütze ich höre einfach ein video also snickers video wenn es mal wieder länger dauert nee das ist meine idee da musst du mich nicht töten dafür ich höre euch einfach zu das ist ausspannend ich mache einfach ein hörbuch draus 262 schaden mit dem sniper zwei zentimeter vornach hingestanden da triff wenigstens du idiot auch junge du bist sowas von ich kann das leider nicht sehen ich erinnert doch ich kann eine karte aufmachen dann kann ich ja was sehen wo ihr rumlauft es gibt auch noch zwei roboter auf der map das ist voll aufregend aber so kann man auch mal gucken was nicht für so missionen der schießt hundertmal sniper doch nicht und trifft mich der lächerlich als ich oder nein 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 gerne gerne warte ich bewege mich ich hänge an der pflanze sorry ich habe garantiert einen festgewachsenen fuß noch was rolli macht rolli steht hier in der welt geschichte rum ist eigentlich tot und wird nicht wie formt der hat den fack das ist das was die ganze zählt alte alte man hört es an der tonlage der stimme so genervt sehr genervt und keinen snickers von der hand ich habe ein paar ausschmerzen und diese perspektive ich würde gerne nach zwei minuten mal eine andere person kann man mich mal bitte drehen epic games dreht mich um 90 grad reicht mir helft mir mir super mann ey jetzt live das kannst du nicht das kannst du dir nicht ausdenken echt ey dass mir gleich vom stuhl geflutscht dir ist der wahnsinn ja und jetzt du gerne ja jetzt kommt die zone die zone kommt die zone kommt die zone kommt ich werde so geerschossen vielleicht sterbe ich jetzt los komm zone komm 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 jetzt komm jetzt jetzt ist die zone da und ich lebe immer noch ach du bist ne Hurenkeen oder naja ich feuere einfach an der gegner braucht nur noch neun kills ja ich schaff das acht kills drei sieben fünf hoffentlich komme ich dann aus diesem match raus ich muss das im video machen ich speichere hier schon das ist ja eskalation pur wenn es mal wieder länger dauert du wirst immer so so brigitte du wirst immer so wenn du so bösartig wenn du hungrig bist so match ich verlassen komm es geht es geht danke aber das hatte ich auch einmal bei ich glaube bei dem amt bei den allerersten